Was muss man eigentlich tun, um sich zu perfektionieren? Wissen anhäufen? Fähigkeiten erwerben? Mehr arbeiten? Wir bei ExaComter glauben, dass es Leidenschaft braucht, um Berge zu versetzen. Und dass Perfektion ohne Leidenschaft keinen Sinn macht. Auch wir sind keineswegs perfekt. Aber unsere Leidenschaft für das Regionale treibt uns jeden Tag an, noch nachhaltigere und umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln. 80% davon werden in Frankreich hergestellt. Und so können wir sagen, dass in uns ein blau-weiß-rotes Herz schlägt, ohne dabei rot zu werden. ExaComter. Klare Ideen, um weiterzugehen.